Einen wunderschönen guten Tag aus Eggenfelden. Wir sind das Wochenende auf der Mein-Freund-Messe in Eggenfelden hier. Mein bester Freund. Entschuldigung, ich übe noch mit dem Namen. Wir sind so viel auf Messe, da verschusselt man mal was. Ich bin natürlich wieder unterwegs gemeinsam mit Isa Hund und ich zeig euch meinen Stand mal und nehme euch natürlich die zwei Tage jetzt ein bisschen mit. Wir sind so viel, wie das auch… bis heute Abend meu a defendersgeschönt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020